Norddeutscher Rundfunk 2021 Leg das Feuerzeug hin. Willst du das Feuerzeug? Ich hab kein Feuerzeug. Sascha? Ich hab keins. Die spinnt. Sag mal, wie viel Kohle kriegst du eigentlich, wenn du auf mich aufpasst? Das ist vielleicht nicht dein Problem. Und was ist mein Problem? Dass du nicht lesen kannst. Und auch nicht schreiben. Ich kann doch ohne Lesen was werden. Die gute Nachricht zuerst. Für deine Lese- und Rechtschreibschwäche kannst du nichts, Sascha. Hab ich doch gesagt, Mama. Du bist doch nicht zu dumm zum Lesen. Eigentlich hättest du das Zeug fürs Gymnasium. Die Ursache, warum du nicht so gut lesen und schreiben kannst, ist die Aufmerksamkeitsstörung ADHS. ADHS ist eine Krankheit, oder? Krieg ich den Schuh frei? Blick's an etwas ins dossierens. Mal mal... know. Verst活' um! Beide uns an... Koenig! Auf! Scheiße. Geh mal hier rauf. Noch mal. Noch raus. Noch raus. Appetitlosigkeit, Übelkeit, Schlafstörung. Weißt du eigentlich, dass du nicht mehr lachen kannst? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Im 있거든요. Sprechen, Jim. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ist das schon am Arb, ich kann es mir nochaaarten. Ist das so schön.